Entweder kriege ich Marsalis und das Gold, oder Julie ist tot. Schön und tödlich, Karen Shepard als LA-Cop Julie in Thunderclap. Kidnapping, Sklaverei, Gold und Gewalt. Action-Superstar Michelle Kizzi in seinem knallharten Erfolgsfilm. Michelle Kizzi ist Alex Gattely. Er kämpfte mit Van Damme in Bloodsport, er trainierte Van Damme in Cyborg. Nun trifft er auf seine größte Herausforderung. Thunderclap.